Sie sind hier, 6. August 2018, 11.27 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern-verkleinern Ante Rebic ist wohl bei mehreren Top-Clubs heiß begehrt Urheberrecht Getty Images Frankfurts Torjäger Ante Rebic erklärt, dass es mehrere konkrete Angebote für ihn gibt. Damit widerspricht er Eintracht-Sportchef Fredi Borbic. Frankfurts Ante Rebic steht spätestens nach seinem Gala-Auftritt im Finale des DFB-Pokals, zwei Tore gegen den FC Bayern, auf der Liste mehrerer Top-Clubs. Nun widersprach der Stürmer Eintracht-Sportchef Fredi Borbic, der eigentlich klar stelle, dass es keine Angebote gibt. Ich weiß, dass es konkrete Angebote gibt, sagte Rebic gegenüber Gohl, und fügte hinzu, das Transferfenster ist noch fast einen ganzen Monat auf. Ich bin zu Fiorentina am 29. August gewechselt und zu Frankfurt am 31. August. Die meisten Wechsel passieren in den letzten Tagen des Transferfensters. Dann wird meine Situation klarer sein. Bei einem Angebot über 50 Millionen Euro würde Frankfurt den 24-Jährigen wohlziehen lassen.